Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 23. Januar. Heute haben wir dabei Tesla, Amazon Music, Disney, Tetris und Microsoft. Beginnen tun wir mit Tesla. Die sind jetzt über die 100 Milliarden Dollar Marke gesprungen in Sachen Bewertung an der Börse. Damit sind sie der zweitteuerste Automobilhersteller der Welt. Und zwar vor Volkswagen. Volkswagen hat 99 Milliarden Dollar US, nicht US, generell Börsenbewertung. Und Tesla ist jetzt rübergekommen. Auf Platz 1 ist weiterhin Toyota. Aber gucken wir uns nochmal kurz hier Tesla und Volkswagen an. Volkswagen mit einer Bewertung von 99 Milliarden Dollar, wie gesagt. Die produzierten im vergangenen Jahr fast 11 Millionen Fahrzeuge. Tesla mit 100 Milliarden, was haben die gemacht? 367.500. Interessant, was die Börse so bewertet. Aber nicht desto trotz, für den guten Elon Musk, für den freuen wir uns ja immer. Der bekommt im Fall, dass er jetzt für 6 Monate den Börsenwert über der 100 Milliarden behält, dafür bekommt er ein Aktienpaket im Wert von 346 Millionen Dollar als Belohnung. Es gibt sogar noch mehr, wenn er noch mehr schafft. Aber warten wir erstmal ab, ob er die 6 Monate durchhält. Ansonsten gibt es eben nichts für ihn. Amazon, beziehungsweise Amazon Music, die haben jetzt mehr oder weniger bekannt gegeben, oder es ist rausgekommen, dass der Music Streaming Dienst 55 Millionen Nutzer haben soll. Die sind über verschiedene Preisstufen hinweg angemeldet. Und laut Amazon sollen auch fast alle bezahlen, was überraschend ist. Und damit pirschen sie sich so langsam an die Zahl von Apple Music ran. Und Apple Music hat 60 Millionen Abonnenten, also 5 Millionen Unterschied. Das geht auf jeden Fall. Und danach ist immer noch der Platz hier Spotify mit 113 Millionen zahlenden Abonnenten und 248 Millionen monatlichen Nutzern, der Marktführer, den man schlagen muss. Aber überraschend ist, dass anscheinend Dienste von Google hier gar keine Rolle spielen, sondern Amazon sich jetzt da in die Top 3 reingearbeitet hat. Disney. Wir hatten ja schon darüber berichtet. Disney trennt sich ja vom Namen Fox in ganz vielen Bereichen. Und jetzt haben sie sich sogar richtig von einem Fox getrennt. Und zwar von den Fox Next Games Los Angeles. Das ist ein Gaming-Studio, was sich auf mobile Games spezialisiert hat. Die haben unter anderem Marvel Strike Force gemacht. Also sogar noch eine Disney-Property. Und die sind bei Disney gelandet im Rahmen des Deals für 21st Century Fox. Da waren die Bestandteile. Und Disney hat die jetzt entsprechend wieder abgestoßen, weil passt anscheinend nicht in ihre Strategie. Und wenn wir schon beim Gaming sind. Electronic Arts stellt jetzt das Spiel Tetris ein. Also Tetris für iOS und für Android wird es nicht mehr geben. Im Google Play Store ist Tetris schon raus. Die iOS-App soll im April auch rausgenommen werden. Es gibt eine Presseerklärung. Es scheint so, dass die App dann weg ist. Also man kann sie nicht mehr neu installieren. Aber auch, dass alte Installationen wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und sogar premium bezahlte Versionen. Es gibt auch keinen Nachfolger, der angekündigt wurde. Also großes Fragezeichen hier. Denn Tetris gehört jetzt schon zu den populäreren Spielen, was Electronic Arts da macht. Man weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir es ja noch. Und letztes Thema für heute, was wir auf jeden Fall erfahren haben. Microsoft. Bei denen hat ein Datenbankfehler dafür gesorgt, dass 250 Millionen Kundeneinträge über einen Browser im Web einsehbar waren. Kundeneinträge bedeutet, das sind Customer Service und Support-Anfragen mit entsprechenden Log-Files, Gesprächsverläufen. Und die gingen sogar zurück bis 2005. Ja, Microsoft hat die Lücke jetzt wohl geschlossen. Und hat auch gesagt, sie hätten keine Hinweise drauf gefunden, dass damit irgendwie Ständluder getrieben wurde. Ja, gut. Das ist jetzt eben kein Nutzer-Account mit Nutzername und Passwort. Also Ständluder-Treiben ist schon ein bisschen schwieriger. Aber ob man das wirklich so ausschließen kann, man weiß es nicht. Aber es ist immer schade, wenn sowas rauskommt. Ja, das Ganze ist schon bereits am 29. Dezember entdeckt worden. Aber logischerweise, sie hat es erst veröffentlicht, nachdem es gefixt wurde. Und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag. Bleibt positiv. Und dann hören wir uns morgen zum Ende der Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.